Yo, halt zurück zu Calista Protocol. Wir sind hier, oh, der Handzug passt schon wieder nicht. Wir sind hier im Labor mit Muddy und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir mal klar kommen, brauchst keine Angst haben. Okay, wir müssen ja jetzt noch dieses Alpha-Ding holen. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich habe es nicht so richtig verstanden und ich weiß, wer das jetzt hier hat, aber sei es doch. Wow, noch so ein Ding, Energieumwandler. Hört sich an, als würde hier immer einer so ein Zippo-Feuerzeug auch machen, ne? So hört sich das an. Okay. Oh, sie ist echt schlecht aus. Entschuldigung. Schon wieder ein bisschen, oh. Okay. Schon ganz leicht spooky, ne? Okay, kommt sie mit hier? Ist das ein bisschen Halluzinationen oder was? Okay. Zum Turmhof. Geh mal. Okay. Auf, hier, Schuss. Das ist nicht gut. Okay. Ist das Licht ausgegangen? Ich erinnere mich nur noch daran, wie die Roboter uns angriffen. Maler hilft uns, dir ein Heilmittel zu beschaffen. Und wo vertaust ihr? Ja, es bleibt uns anderes übrig. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Oh, okay. Was soll das sein? Das Penthouse, würde ich mal sagen. Das Penthouse, würde ich mal sagen. Das Penthouse. Das Penthouse, würde ich mal sagen. Wer ist es dann? Ein bisschen Kunst. Ein paar Masken. Hmm. Duncan Cole. Mhm. Dap, dap, dap. Duncan Cole. Also. Heute Nacht, während das Gefängnis schläft, werde ich die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ich werde Malers Experimente freisetzen. Genug geredet. Jetzt werden wir handeln. Und ich weiß, dass ich im Recht bin. Meine Geduld ist am Ende maler. Ja, das hatten wir schon. Okay. Okay, das ist hier die Hütte von Duncan, oder was? Ich habe noch keine Idee, was der eigentlich wirklich für eine Rolle spielt. Oh, hier gab es ein bisschen Ärger. Oh, na gut. Mehr liegt hier nicht rum, ne? Nein. Okay, dann gehen wir weiter. Oh, fresh. Dani? Dani, wo bist du? Es geht um diesen kleinen lila Cube, oder? Sie ist die Wahrheit über Europa. Ein geschwächtes Testsubjekt. Freigelassen von einem unserer Labore. Eine Tragödie. Der Grund für alles, was Cole hier im Black Iron macht. Muss ich ja jetzt nicht verstehen, oder? Genau. Und diese kleine Kiste, die lag da hier irgendwo rum. Die hat sie doch hier irgendwo gefunden. Oh, da ist er, der Cube. Oh, hier wird. Das ist der Typ von eben. Oh, Mikey. Ne, wie heißt er, Max? Vergessen, wie er heißt. Ja, schon. Hm. Irgendwie hat er es ja dann doch gewusst, oder? Das war unsere Schuld. Lilly! Nein! Nein, nein! 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 Ich wollte mich beschützen. Da hast du mich verdient. Das Kind. Europa war kein Terroranschlag. Sie haben das Bildmaterial manipuliert, um zu verschleuern, was sie im Black Iron testen wollten. Und unsere Fracht spielte bei beidem eine Rolle. Ich hätte es stoppen können. Du hast einen Fehler gemacht. Wie bügelst du das jetzt wieder aus? Hm. Was ist los mit dir? Ich... Hey, komm schon, komm schon. Ich kann nicht. Doch, kannst du. Hast fast geschafft. Nein. Ich kann es fühlen. Hören. Kopf. Okay. Du bleibst hier. Ich komme mit dem Heilmittel zurück. Ich komme selbst zurecht. Was haben wir überhaupt noch im Start vier Schuss? Das wird ja gar nichts, ey. Ah, ein kleiner Printer. Dann wollen wir da mal ran, oder? Einheit online. Einheit online. Danke, Ausweiter. Beispiel. Gegenstand aus Druckfertigung. Wenn du playst. Qualitätsprüfung Bestätig. Druckflosserwendung überprüfe. Abgeschlossen. Montage. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Bei Begegnung bitte an den Atemiskal vorwenden. Qualitätsprüfung bestätigt. JGC hat nicht viele virtuelle Effekte. Abgeschlossen. Aktivierung der Druckfertigung. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Drucken. Qualitätsprüfung bestätigt. Bei Begegnung bitte an den Atemiskal vorwenden. Abgeschlossen. JGC hat nicht viele virtuelle Effekte. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Langwehrarbeiter. Qualitätsprüfung bestätigt. Montage. Abgeschlossen. Af Kenina. 윤corporär Sr samples分man entnehmen. Keck trappli – Regen. Zum polarized Kollegen in Begegnung sterben. dann schauen wir mal das ding da schon rum steht besonders da die gemeinsamkeit endlich in greifbarer nähe ist der über den ich habe sie beobachtet habe ihre akte sie sind nicht so unschuldig sie haben gezeigt dass sie zu allem bereit sind um ihr überleben zu sichern und was ist mit ihnen sterbende leuten auch zu geilen ist das im protokoll nein sie irren sich mit der lieb das protokoll strebt nicht nach tod sondern nach leben die zukunft liegt im all unser schicksal doch für das all sind wir nicht geschafft diese schwache hält uns zurück wir müssen uns weiterentwickeln und nun sehen wir den grund der meine methoden bestätigt mein letzter test wer ist der wahre überlebende jimmy ich sollte dir tanken doch nun weiß ich das ist ein geschenk weißt du der warden hat mir die augen geöffnet mir meine bestimmung gezeigt und nun zeige ich sie dir um ja und Ach so, wer bist du denn, Cops? Du bist! Das war jetzt gemein, so dasselbe, denn ihr sucks so ein Auto-Way! Niemand wird dich retten! Keiner trägt mir! Du entkommst mir nicht! Ich schlage dich! Ich schlage alle! Der Eifer, der überlebt! Was passiert mit mir? Ein bisschen abgeworfen. Habt ihr da eure Mutation? Hässlich! Sehr hässlich! Alles hat seinen Preis! Schreibe! 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 Hässlich! Schreibe! 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 Oh, oh, oh. Das war's. 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 Oh-oh. Das war's. Das war's. Was? Was? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und... ... I would... ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020